Heyo! Einen wunderschönen guten Morgen meine Freunde! Master Builders mit Extrem Verzockt! Ihr habt gestern abgestimmt, gestern war Mario Party dran, heute ist Master Builders dran und wer die Folge gestern verpasst hat, es gibt ne Playlist in der Beschreibung und der gute Max ist mit dabei, der Extrem Verzockte! Das ist extra magisch, ich bin müde! Er ist auch in der Beschreibung verlinkt, checkt mal seinen Kanal aus und wir zocken jetzt ne Runde Master Builders und ihr könnt wieder bei dem i oben in der Ecke abstimmen, was als nächstes gezockt wird, allerdings dann erst wieder am Montag, da die Minecraft Minigames Montag bis Freitags kommen und äh, am Wochenende werden andere Spiele morgens gezockt Jo, gut, dann hauen wir mal rein! Einen Tiger bauen! Max, das kriegste hin, oder? so was mach ich denn, ich baue grad voll die Scheiße nein, das ist ja voll die Mühe oh man, ich baue grad einfach voll die Mühe weil meiner auch total unsinnützig ist aber egal, das krieg ich hin und dann machen wir noch so, okay und jetzt so, auf geht's so, äh, äh, äh oh man, ich muss das Ding kriegen ich muss das Ding kriegen, ich hab ah, das könnte was werden, Leute, oh, zack, zack so, oh man, ich bin mega konstruiert, deswegen nahm ich grad nicht so viel sorry, deswegen, aber, äh, ich muss dafür sorgen, dass mein Freund hier gewinnt von allerbesten Tiger aus der Welt, ja, so, ähm also, warte, da kann ich das nicht machen so, und jetzt packen wir hier wieder Streifen rein so, ähm alles klar, bei dir was, hast du den Plan? Alter, ich werde nicht fertig, das ist zu groß geworden wieder mit den 42, ja so, das ist natürlich bitter, so ähm so, so, ich weiß nicht, aber ich bin mit meinem gleich mal zufrieden, zum Bestellen, äh, 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 äh äh, äh, naja, nicht ganz oder, äh, äh, warte, wo ist das hier? mach ich so, so, äh, 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 da fehlt noch das hier das ist ja, das ist das nein, 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 das kommt noch da unten, ähm äh, miau, was ist das, mein helfiger Tiger? aber hier fehlt noch Streifen so, okay, Zeit ist gleich vorbei, äh, ich bin dafür, selbst es liegen So, meiner ist gut, Leute, meiner ist gut, wobei das... Ich weiß nicht, ich hoffe, dass es reicht, um was zu erreichen. Meiner ist süß. Komm, Leute, meiner ist süß. Meiner ist süß geworden. Das bist du... Das ist meiner, du musst elf-sum. Du musst elf-sum machen. Ich mach mäh. Boah, du Arsch, man. Mäh, oh man, Max. Okay. Der wär übelst elf-sum geworden. Elf-sum. Was ist das? Das ist... also der ist genauso schlecht. Nee, der kriegt auch ein Mäh von mir, weil ein Baum da steht. Hä, warum explodiert das nicht? Ich versteh's nicht. Och, der ist halt süß, weißt du? Der ist gut. Das ist kein Tiger, Alter. Doch. Das ist ein Pikachu, Mann. Okay, dann, it's okay, it's okay. Och, Mann. Ich weiß schon, meiner... Das ist genauso hässlich. Und die anderen explodieren nicht, obwohl die genauso hässlich sind. Ja eben, das versteh ich ja auch nicht. Warum deins explodiert ist. Das ist seltsam. So. Aber ich hab den heftigsten Tiger überhaupt gebaut. Was ist das hier? Das ist auch mein Eis-Up-Pleeding. Also, bitte. Meiner hat gute Chancen, muss ich sagen. Ich lobe mich so gerne irgendwie selber. Keine Ahnung, warum. Aber ist halt so, ne? Das ist ein guter Anfang. Aber es ist halt auch irgendwie kein Tiger. Deswegen kriegt's ein Mäh. Mäh! Was machst du? My eyes are bleeding. Max ist halt richtig hart. Alter, meins waren genauso scheiße. Oh, der ist gut. Der ist echt gut. Ja, von mir auch. Amazing. Der hier gewinnt. Safe. Eh deiner. Nee. Nein. Meiner ist nicht mal annähernd so gut. Oh, Mann. Oh, der ist auch cool. Na, der kriegt ein Mäh. Hallo, der ist wunderbar. Nee. Doch? Eh deiner. Bitte? Es ist ein Mäh. Okay. Okay, das hier kriegt mein Eis. Okay, das ist jetzt diesmal nicht meins. Es kriegt ein Eis up bleeding. Ja. Eindeutig. Eindeutig. Hä, aber warum explodiert... Warum ist deins explodiert und sowas nicht? Und das hier kriegt auch mein Eis up bleeding. Oh, Mann. Oh, Mann. Guck dir das an. Warum explodiert das nicht? Max, die haben was gegen dich. Hä, alle ugly haben auch mal so kurz Bannaus. Oh, Mann. Aber Platz vier. Okay. Warum sind die anderen vor mir? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Magst du bis letzter? Ja. Ja, ich weiß. Oh, Mann. Okay, Leute. Wenn euch diese Folge gefallen hat, zeigt es mit einem Daumen nach oben. Schaut bei Max vorbei. Lasst einen Kommentar da und stimmt ab, welcher Spielmodus am Montag kommt. Bis dann. Haut da rein und tschüss. Tschüss. Prinlusão kinesisch. Amen. horses apps.